Hallihallo, in dieser Episode geht es um sogenannte reguläre Ausdrücke, beziehungsweise auf Englisch Regular Expressions, wovon die Kurzform dann Regex ist, unter dem Begriff kennt man das Ganze vielleicht. Und das Ganze ist zunächst mal ein gesponsertes Video von einem meiner Patreons, der Jörn wollte, dass ich darüber mal ein bisschen was rede. Und das mache ich jetzt einfach mal. So, zunächst mal, was sind Regexes eigentlich? Regexes sind zunächst mal ganz normale Strings, die aber benutzt werden können, um eine Filterung bei der Suche in Strings zu ermöglichen. Wenn wir ganz normal Contains benutzen, zum Beispiel bei Strings, dann können wir sehr leicht herausfinden, ist da zum Beispiel Apfel drin, also wirklich Apfel, so geschrieben, in einem anderen String. Aber wir haben nicht so leicht die Möglichkeit, ohne Regexes herauszufinden, ob da Wörter drin sind, die mit einem großen A anfangen und mit einem großen L oder einem kleinen L aufhören. Wir können nur konkrete Wörter da dann herausfinden, aber wenn wir was Allgemeineres wollen, dann brauchen wir hier für Regexes. Und da ist auch schon mal ein kleines Beispiel hier, wie gesagt, suche alle Wörter in einem String, welche mit einem großen A anfangen und einem großen L aufhören. Das wäre dann der Regex, den ihr hier drunter seht. Es gibt auch komplexere solche Regexes, zum Beispiel für E-Mail-Adressen, das seht ihr hier auch. Das ist mein kleines Versprechen an euch, wenn ihr diese Episode, dieses Video hier aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr das, was dort steht, am Ende verstehen. Das sieht nämlich sehr, sehr kryptisch aus, wie ihr selber seht. Also was da genau passiert, wie gesagt, werdet ihr dann am Ende verstehen. So, was dieses großes A, Klammer auf, Backslash, W, Sternchen, Klammer zu, großes L, also das suche alle Wörter in diesem String, welche mit A anfangen und L aufhören. Wie das im Detail funktioniert, das erkläre ich am besten mal anhand eines Beispiels. Da habe ich hier schon mal eine Main vorbereitet. Und hier sagen wir, wir haben jetzt einfach mal irgendeinen String gegeben. Das ist dann zum Beispiel der String A, ist gleich Apfel, Zuckerguss, Affe, Ampel und Label. So, also wie gesagt, wir haben einfach irgendeinen String. Und wir wollen jetzt hier alle Wörter rausfinden, die mit einem großen A anfangen und mit einem kleinen L aufhören. In den Folien habe ich gerade mit einem großen L gesagt, aber wir machen es jetzt im konkreten Beispiel mit einem kleinen L. Funktioniert ganz genau gleich. Genau, das wäre dann also hier Apfel und Ampel. Die anderen Sachen, die treffen nicht zu. Bei Zuckerguss stimmt gar nichts, bei Affe stimmt das kleine L am Ende nicht und bei Label stimmt das große A am Anfang nicht. Das heißt, die beiden, die wollen wir jetzt hier mal rausfinden. So, und dafür brauchen wir jetzt zunächst mal ein sogenanntes Pattern und dieses Pattern beinhaltet den regulären Ausdruck. Das ist dann also Pattern, zum Beispiel Pattern, ganz einfach, ist gleich Pattern.compile. So, und hier brauchen wir dann den regulären Ausdruck. Und wenn wir kurz nochmal zurück in die Folien gucken, das war ja dieser Ausdruck hier. Und den übernehme ich ganz genau so, nur mache ich aus dem großen L ein kleines L. Sonst ist es genau das gleiche. Das ist dann also hier, da werden wir gleich noch ein Problem laufen. Ich schreibe es einfach mal ganz genau so hin. Das ist ein großes A, Klammer auf, Backslash, W, Sternchen, Klammer zu, kleines L. So, und hier sehen wir jetzt schon direkt ein Problem, denn der Java Compiler, der meckert hier irgendwo rum. Was ist denn da passiert? Naja, in Java ist ja das Backslash der Escape-Character. Und in Java wird dann geguckt, wenn ein Backslash ist, wird der nächste Charakter bestimmen, was das tatsächlich eigentlich für ein Charakter ist. Aber Backslash-W gibt es hier nicht in Java. Wir brauchen aber trotzdem diesen Backslash. Wir wollen wirklich diesen Backslash an die Regex-Engine schicken. Die Regex-Engine, die kümmert sich darum dann, dass das Ganze richtig compiled wird hier und wir dann benutzen können. Aber damit wir wirklich für diese Regex-Engine sagen können, da soll bitte ein Backslash sein, wirklich ein Backslash. Kein Escape oder sonst irgendwas, sondern ein Backslash, müssen wir Backslash machen können. Müssen wir das so machen. Genau. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal hier im Detail an. So, wir können zunächst mal irgendwelche Zeichen hinschreiben, wie zum Beispiel ein großes A. Wir könnten da aber auch einen beliebigen anderen Buchstaben oder eine Zahl oder sonst irgendeinen anderen Charakter hinschreiben. Und nach diesem Charakter wird dann gesucht. Es gibt ein paar Ausnahmen, da müssten wir dann wieder im Regex-Kontext escapen, zum Beispiel Punkt und so weiter. Gucken wir uns alles noch später an. Aber zunächst mal können wir irgendwelche Charakters hinsetzen. So, und dann haben wir hier ein sogenanntes Backslash-W ist ein sogenannter Word-Charakter. Und ein Word-Charakter ist alles, alle Kleinbuchstaben, alle Großbuchstaben und die Ziffern 0 bis 9. Nein, es sind nicht die deutschen Buchstaben, also E, E, Ü und 3LSS sind hier nicht drin. Und das hier heißt, dass hier an der Stelle irgendein beliebiger solcher Word-Charakter sein darf. Irgendeiner. Aber, wenn wir das jetzt, machen wir das Ständchen mal weg, wenn wir das jetzt so machen würden, dann würde weder Apfel noch Ampel erkannt werden. Da würde nur sowas hier erkannt werden, zum Beispiel hier Amel oder so. Ja, denn das hier heißt, dass wir nur einen solchen Charakter haben. Wir wollen aber beliebig viele von diesen Charakters haben. Zum Beispiel sind da dann drei, wie es in den beiden Fällen hier ist. Oder wir könnten da auch zehn solche Charakters drin haben. Hauptsache ist, dass es wirklich weiterhin solche Word-Charakters sind. Also, wenn wir dann irgendwie zum Beispiel ein Space haben, also ein Leerzeichen, dann soll das Ganze nicht mehr gelten. Und das können wir machen, indem wir hier ein Sternchen machen. Und dieses Sternchen heißt, das da, das was direkt davor stand, das soll 0 bis beliebig oft vorkommen. Ja, und das ist eben hier der Fall, das kommt dann dreimal vor. Und dann matcht er auch wieder, oder findet er raus, dass da tatsächlich auch wieder ein kleiner Buchschule, kleines L ist. Da habe ich jetzt L tatsächlich als EL hier, ein kleines L ist. So, okay. Und jetzt müssen wir mal über diesen String hier drüber iterieren, so lange, bis wir die ganzen hier haben. Dafür brauchen wir einen Matcher. So, das ist dann ein Matcher, Matcher, ist gleich Pattern.Matcher. Und da müssen wir jetzt den String angeben, auf den wir matchen wollen. Das ist unser String A, also hier. Und den Matcher, den müssen wir natürlich noch importieren. So, und dieser Matcher, der hat jetzt eine Methode namens Find und die gibt True zurück. Falls in diesem String, den wir hier matchen wollen, tatsächlich nochmal so ein Pattern hier gefunden wurde. So. Und das heißt, wir können hier in einer While Schleife drüber iterieren. Das ist dann Matcher.Find. So, und das Ganze wird jetzt also so häufig ausgeführt, wie wir hier tatsächlich diesen Pattern, den wir hier haben, gefunden haben. So. Und jetzt wollen wir natürlich den Pattern erstmal rauskriegen. Und das geht mit Matcher.Group. Also geben wir einfach mal Sysout hier und machen Matcher.Group. So, und da kein Inter oder so angeben, sondern einfach leer lassen. Das ist dann für uns das Richtige. Und wenn wir das jetzt ausführen, einfach Run machen, dann sehen wir hier tatsächlich die beiden, also Apfel und Affe, sind erfolgreich rausgefiltert worden. Und das ganze andere Zeug ist weg. So, manchmal ist es aber jetzt interessant zu wissen, an welchen Stellen denn Apfel und Affe jeweils steht. Und das können wir machen, also herausfinden, auch wieder über Methoden von unserem Matcher. Machen wir hier zum Beispiel mal ein Leerzeichen rein und dann ist das hier Matcher.Start und Matcher.End. Und das gibt dann jeweils die Indizes an, wo das Ganze anfängt und aufhört. Apfel fängt wohl an an der Stelle 0, ist korrekt. Und hört auf an der Stelle 5, ist auch korrekt. Und Ampel fängt an der Stelle 22 an und hört an der Stelle 27 auf. So, und damit haben wir dann hier schon mal einen relativ einfachen regulären Ausdruck gematcht. So, jetzt habe ich bereits gesagt, dass es hier so ein Word-Character gibt. Es gibt aber noch andere solche speziellen Characters. Und zwar einer davon ist einfach nur ein Punkt. Also ein Punkt hat bei Regex eine besondere Bedeutung. Und zwar heißt ein Punkt, das ist ein komplett beliebiges Zeichen. Also kann wirklich alles sein. Jedes beliebige Zeichen steht für diesen Punkt. Und wenn wir das hier so lassen würden, dann würde er hier matchen, okay, ich muss anfangen mit einem großen A und ich muss aufhören mit einem kleinen L. Und dazwischen darf sein, was auch immer. Alles beliebige darf dazwischen sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was kommt da jetzt raus, wenn wir das so kompilen? Man könnte vielleicht die Vermutung haben, okay, hier kommt vielleicht Apfel raus und dann sucht er das nächste, fängt er wieder mit einem großen A an und geht dann vielleicht bis zur Ampel. Ist das vielleicht das nächste? Aber nein, so ist es nicht. Denn Regex-Ausdrücke, Regex-Ausdrücke ist ein bisschen doppelt gemobbelt, aber egal, die matchen immer den größten String, den sie finden können. Und in diesem Fall wäre dieser reguläre Ausdruck tatsächlich der gesamte String, denn der fängt mit A an und hört mit einem kleinen L auf. Ja, kompilen wir das Ganze einfach mal, dann sehen wir das hier. Fängt mit einem großen A an und hört mit einem kleinen L auf. Matcht also genau diesen regulären Ausdruck hier. Wir sehen aber, dass er nicht immer den kompletten nimmt, wenn wir hier einfach mal danach machen, irgendwie noch was anderes, irgendwelche anderen Characters, hahaha, weiß was ich. Und wenn wir das dann kompilen und ausführen, dann sehen wir, dass das HHH eben nicht mehr drin ist, weil das nach diesem L ist. Aber wenn wir da am Ende dann wieder ein kleines L hätten, dann würde das mit übernommen werden. Also er matcht immer, außer man stellt es noch ein bisschen anders um, aber das sind zu tiefe Themen, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Nimmt er immer den größten Match, den er finden kann. So, machen wir das hier mal wieder weg. Okay, machen wir mal kurz ein anderes Beispiel. Dafür mache ich hier mal uns einen kleinen anderen String. Und zwar den String, das sind mehrere Sätze. Ich mache es jetzt mal nicht mit E. Man könnte zwar den Regex-Ausdruck noch ändern, dass er auch noch S annimmt, aber dazu später mehr. Deswegen lasse ich mal deutsche Characters hier raus. Das sind mehrere Sätze. Es soll immer das letzte Wort gefunden werden. Okay. So, und jetzt wollen wir einen Regex-Ausdruck machen. Regex-Ausdruck, sage ich schon wieder, doppelt gemobbelt. Der jeweils das letzte Wort rausfindet in unserem String. Also wäre das dann hier Sätze, werden und okay. Also immer das, was vor einem Punkt kommt. So, und das können wir machen zum Beispiel, indem wir sagen, okay, wir haben einen Word-Character, beliebig häufig. Und das soll dann gefolgt sein von was eigentlich? Ja, von einem Punkt. Aber wenn wir jetzt hier Punkt schreiben, hat dieser Punkt ja in Regex wieder die besondere Bedeutung, dass es für einen beliebigen Charakter steht. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen nicht hier einen beliebigen Charakter damit ausdrücken, sondern wirklich explizit einen Punkt. Und wie machen wir das? Naja, wir escapen das Ganze einfach wieder, aber nicht einfach nur mit einem Backslash. Das wäre wieder escapen im Sinne von Java. Sondern wir machen Backslash, Backslash, damit wir diesen Escape-Character an die Regex-Engine übergeben können. Also wirklich, dass wir wieder auch hier das Backslash an Regex übergeben können, brauchen wir hier Backslash, Backslash. Und dann kompilen wir das Ganze einfach nochmal und führen es aus. Und dann sehen wir hier tatsächlich Sätze, werden und okay. Da sind zwar noch die Punkte drin, aber die könnten wir jetzt sehr, sehr einfach noch rausfiltern. Kommen wir mal zum nächsten sogenannten Meta-Character. Meta-Character, das ist sowas wie hier dieses W. Dafür auch mal wieder hier ein anderes Beispiel. Und zwar kopiere ich hier einfach mal was rein. Sagen wir mal, das hier wäre irgendwie ein Logging-System oder so. Das ist dann immer mit einem Timestamp hier, jeweils in Stunde, Minute und Sekunde. Und dann irgendeine Nachricht. Dann auch hier wieder Timestamp und dann wieder eine Nachricht. Und dann hier wieder ein Timestamp und irgendeine Nachricht. So, und wir wollen jetzt hier rausfiltern die Timestamps. Also an denen sind wir interessiert. Und dafür können wir den sogenannten Digit-Meta-Character benutzen. Das ist dann ein D und das steht für die Ziffern 0 bis 9. Also wir haben irgendeine Ziffer 0 bis 9 hier in dem Fall. Und wenn wir das jetzt so einfach mal ausführen würden, dann kämen hier die einzelnen Ziffern aus der kompletten Nachricht raus. Also hier 0, 0, 0, 2, 1, 0 wäre das erste und so weiter. Aber wir wollen natürlich den kompletten Timestamp rauskriegen. Und das machen wir dann einfach, indem wir sagen, okay, wir haben hier zwei Ziffern, dann einen Doppelpunkt, dann haben wir wieder zwei Ziffern, dann wieder einen Doppelpunkt und wieder zwei Ziffern. So, und wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir hier auf die Art und Weise schon sehr, sehr leicht die einzelnen Timestamps rausgefiltert. Und wir kriegen auch raus, wo das Ganze aufhört und das nächste wieder beginnt. Das heißt, wir könnten da hier theoretisch auch sehr, sehr leicht dann die einzelnen Nachrichten rausfiltern. Okay, wenn wir uns das aber hier so angucken, dann fällt uns vielleicht auf, dass da auch nicht zugelassene Timestamps rauskommen würden in dem Fall. Also wir könnten hier zum Beispiel die Stunde, was weiß ich, 30 oder so angeben. Das wäre hier ein Timestamp, der offensichtlich nicht sein kann, denn die Stunde 30 gibt es an einem Tag nicht. Aber trotzdem würde das Ganze hier dann so ausgegeben werden. So, wie machen wir das? Wie sagen wir, okay, es sollen nur zulässige Timestamps rauskommen? Da können wir zunächst mal sehr, sehr simpel vorgehen und sagen, okay, wir erlauben dann für das erste Digit nur die Zahlen 0, 1 und 2. Und das geht mit sogenannten Ranges und Ranges gehen mit eckigen Klammern. Und dann können wir hier einfach zum Beispiel sagen 0 bis 2. So, und in diesem Fall wäre das hier, würde das schon direkt rausfliegen, denn dieser Range hier sagt, okay, da sind 0. Nur die Zeichen 0, 1 und 2 erlaubt. Also wenn ich das hier nochmal compile, dann sehen wir, ist das nicht mehr in der Konsole. Wenn ich da eine 1 draus mache, dann ist es wieder in der Konsole. 2 ist genauso wieder in der Konsole und 0 ist auch genauso in der Konsole. So, wir könnten jetzt aber natürlich auch wieder argumentieren, dass da immer noch, schon allein bei den Stunden, nicht zulässige dabei sind. Nämlich 29 wäre trotzdem noch immer möglich. Um das zu verhindern, brauchen wir ein bisschen komplexeren Regex. Und zwar sagen wir mal, okay, wir erlauben die Zeichen hier als erstes von 0 bis 1, also nur 0 und 1 und dann einen beliebigen Charakter, einen beliebigen Digit. Nicht einen beliebigen Charakter, Vorsicht, einen beliebigen Digit. Das kann dann von 0 bis 9 sein, das ist egal. Oder, und das können wir jetzt machen mit einem ganz normalen Oder-Zeichen. Da müssen wir aber gleich noch ein bisschen groupen, denn so wie ich es jetzt mache, wird es zunächst noch nicht funktionieren, aber gleich werde ich das Ganze fixen. Oder wir sagen, okay, wir erlauben den Charakter 2, gefolgt von 0 bis 3. So, und das Ganze müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen groupen. Das können wir mit solchen Klammern hier machen. So, erstmal das Ganze groupen wir, das hier also. Und dann links und rechts jeweils von dem Oder groupen wir auch nochmal. So, und so, und so. So, und hier seht ihr schon, okay, so bauen sich immer wieder nach und nach immer komplexere Regex auf. Und wenn wir das jetzt compilen, dann sehen wir, okay, die 29, die kommt nicht mehr drin vor. So, wenn ich jetzt hier aber 23 draus mache, dann funktioniert es wieder, dann ist es wieder drin. Wenn ich 18 draus mache, dann funktioniert es auch immer noch. Und wenn ich 02 draus mache, dann funktioniert es auch immer noch. So, und das genau gleiche könnten wir jetzt, oder beziehungsweise brauchen wir eigentlich nicht mal, wir könnten hier zum Beispiel für die Minuten sagen, okay, das darf an der Stelle nicht über 5 hinaus. Das heißt, wir haben hier auch wieder eine Range von 0 bis 5. Und bei den Sekunden ist es genau das gleiche. Wir haben hier 0 bis 5. So, und auf die Art und Weise werden hier alle legalen Regex herausgefiltert. Es kann eventuell sein, dass, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube nicht, dass 240000 zulässig ist, aber, ja, es kann sein, dass es, wenn es Schaltsekunden gibt, das ist nämlich ein ganz interessantes Konzept tatsächlich, es gibt Schaltsekunden, wir sind auch die wenigsten, da kann das dann zulässig sein. Von dem her, wenn es um Zeiten geht, am besten Bibliotheken benutzen, da gibt es nämlich so viele Edge Cases und so weiter und so fort, aber ich schweife ab. Okay, gucken wir uns den nächsten Metacharakter an. Dafür habe ich hier auch schon wieder einen anderen String vorbereitet. Und zwar wollen wir jetzt hier mal alle Hallo-Welts rausfiltern. Das geht dann also hier Hallo-Welt und da können wir jetzt eigentlich einfach zunächst mal sagen, okay, Hallo-Welt. So, und wenn ich das jetzt compile, dann hat er hier Hallo-Welt tatsächlich rausgefiltert. Also auch sowas hier, das ist dann ein sogenannter Exact-Match. Auch das ist streng genommen schon ein Regex, aber natürlich der einfachste Regex, den man sich vorstellen kann. So, jetzt sagen wir aber mal, dass wir auch das hier haben wollen, also mit mehreren Spaces dazwischen. Da könnte man jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben einen Space und den wollen wir so häufig wie möglich machen. Aber es gibt ja auch noch anderes White Space, zum Beispiel einen Tabulator, und den wollen wir auch beliebig häufig zulassen. Und dafür gibt es den Metacharakter S. So, das ist dann einfach hier ein S. Und da können wir jetzt zum Beispiel noch sagen, Sternchen, dann sind beliebig viele, das groupe ich selber immer ganz genau, wenn es hier nicht zwingend notwendig ist, genau, dann sagt er hier, okay, wir lassen beliebig viele White Spaces zu. Und wenn ich das jetzt compile, dann haben wir hier auch Hallo-Welt mit mehreren Leerzeichen dazwischen gefunden. So, aber da ist jetzt das Problem, dass auch durch dieses Sternchen kein Leerzeichen erlaubt ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Hallo-Welt ohne Leerzeichen, dann würde auch das gefunden werden. Man will das eventuell, aber manchmal will man eben sowas auch nicht haben. Und in dem Fall können wir sagen, okay, wir wollen da kein Sternchen haben, sondern ein Plus. Und dieses Plus ist genau das gleiche wie das Sternchen, aber es muss mindestens einmal vorkommen. Also das Sternchen sagt 0 bis beliebig oft und das Plus sagt 1 bis beliebig oft. Und wenn wir das jetzt compilen und ausführen, dann sehen wir hier, das Hallo-Welt wurde nicht mehr gefunden, da es diesem Regex hier nicht mehr entspricht. Übrigens kann man auch Characters ausschließen. Und zwar geht es bei den Word-Characters, den Digits und den Spaces sehr, sehr einfach, indem man einfach ein großes S draus macht. Wobei dann hier das Plus eigentlich keinen Sinn mehr macht, aber egal. Auf die Art und Weise würden wir sagen, okay, wir wollen dort nicht das haben. Wir wollen kein Word-Character haben. Wir wollen kein Digit haben. Einfach die ganzen Buchstaben nochmal in groß geschrieben. Es gibt übrigens auch noch andere Quantifier. Also Quantifier sind dieses Plus hier. Also Plus ist ein Quantifier. Das Sternchen ist ein Quantifier. Es gibt aber auch noch das Fragezeichen. Und das Fragezeichen heißt 0 oder 1. Also es gibt auch eine Obergrenze. Also in diesem Fall wäre dann Hallo-Welt würde ohne, weil 0 und das Hallo-Welt hier würden anerkannt werden. Aber das mit den vielen Spaces dazwischen eben nicht. Denn, wie gesagt, das Fragezeichen steht für 0 oder 1. Man kann aber auch komplexere solche Quantifiers machen. Und zwar mit geschweiften Klammern. Und in die geschweiften Klammern kann man dann reinschreiben, wie häufig das genau vorkommen soll. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel sagen würde, dass 5 ist, dann müsste dieser Space exakt 5 mal vorkommen. Und jetzt zähle ich mal, wie viele sind das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, machen wir hier eine 6 draus. Dann sollte hier nur noch das mit den vielen Spaces gefunden werden. Ist ja auch der Fall tatsächlich. Also diese 6 Spaces, die wurden hier gefunden. Man kann das Ganze aber auch Open End machen, indem man einfach sagt Komma und dann dahinter nichts. Das heißt dann 6 oder mehr. Also wenn ich hier jetzt zum Beispiel 3 draus mache, 3 oder mehr, dann würde immer noch das hier gefunden werden. Denn es sind auch 6 erlaubt. Es sind auch 20 erlaubt, beliebig viele. Von denen sind dann erlaubt. Aber wir können auch eine Obergrenze machen, zum Beispiel 17 oder so. Dann würde ab 18 solchen Spaces das Ganze nicht mehr matchen. So und jetzt sind wir eigentlich schon fast bereit, uns das E-Mail Beispiel mal anzugucken. Dafür habe ich hier auch mal wieder einen String vorbereitet. Mit jeder Menge E-Mail Adressen habe ich mir einfach irgendwas aus den Fingern gesogen. So und hier der E-Mail Regex, den kopiere ich auch einfach mal ganz frech rein. Aber wir gucken den jetzt gleich Schritt für Schritt an. Ich kopiere ihn einfach mal rein, dann führen wir das Ganze mal aus. Und wir sehen, das Ganze funktioniert. Okay, aber wie funktioniert der Regex jetzt tatsächlich? Wir haben hier mal wieder ein sogenanntes Set. Also wir haben ja vorher die Ranges kennengelernt. Ranges können erweitert werden zu einem Set. Und dieses Set beinhaltet dann einfach beliebige Characters. Und hier haben wir dann, okay, wir erlauben ein Word-Character. Wir erlauben Punkte. Wir erlauben Prozentzeichen. Wir erlauben Plus und wir erlauben Minuszeichen. Und das Ganze ist jetzt so ein Set. Und das steht dann für einen solchen Charakter, der dem hier matcht. Ja, also einen einzigen Charakter. Wichtig ist hier, dass wir eine Sonderregelung hier auch schon wieder direkt haben. Und zwar dieser Punkt hier an der Stelle. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, müssen wir den nicht escapen. Nee, in einem solchen Set, also wenn wir in eckigen Klammern sind, dann müssen wir das nicht machen. Dann heißt ein Punkt wirklich das Zeichenpunkt und nicht ein beliebiger Charakter. Okay, ich habe jetzt gesagt, das Ganze matcht auf einen Charakter. Aber dadurch, dass wir hier ein Plus haben, matcht das auf einen bis beliebig viele. Und das ist dann einfach der erste Teil bis zu dem Add-Zeichen. Also das hier zum Beispiel, das wäre durch das hier abgedeckt. Durch diesen ganzen Teil von dem Regex. Also wir haben beliebige Charakter, Wördcharakters, Punkt, Prozentzeichen, Plus, Minus und das beliebig häufig. Aber mindestens einmal. Und dann kommt das Add-Zeichen. Das hat also in Regex nicht wirklich eine besondere Bedeutung oder so, sondern es ist einfach nur dieses Zeichen. Das muss dann also hier folgen. Und dann haben wir hier wieder etwas und zwar wieder ein Set, welches beinhaltet ein Set und ein Nicht-Set. Okay, das ging vielleicht ein bisschen schnell. Jetzt gucken wir uns zuerst mal das hier an. Das ist leicht zu verstehen. Wir haben also wieder beliebige Wördcharakters, ein Punkt und ein Minus. Bei diesen beliebigen Wördcharakters ist aber das Problem, dass dort auch ein Unterstrich drin ist. Aber im globalen Teil von einer E-Mail-Adresse, also das spricht hier hinten, das nennt man globaler Anteil, das davor ist der lokale Anteil, da ist ein Unterstrich nicht gestattet. Und das machen wir hier wieder raus, indem wir sagen, nicht Unterstrich, also dieses Dächle, das Circumflex heißt es glaube ich, das heißt, dass es nicht vorkommen darf. Also wir haben hier ein Set und wir schmeißen aus dem Set wieder diesen Unterstrich raus und das bildet dann unser gesamtes Set an Charakters, die hier erlaubt sind. Und die wollen wir wieder null bis beliebig häufig haben. So. Und das beschreibt dann diesen Teil. Und als nächstes folgt dann natürlich immer ein Punkt, das haben wir hier, dann müssen wir natürlich wieder escapen, sonst wäre das ein beliebiger Charakter, wollen wir aber nicht. Wir wollen wirklich sagen, okay, das ist wirklich ein Punkt. Gefolgt von der Top-Level-Domain, also DE zum Beispiel oder COM, das ist dann aus Kleinbuchstaben und zwar zwei Stück bis beliebig viele. Ja, man, ich glaube Top-Level-Domains sind auf sechs Charakters beschränkt, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Wenn es wichtig ist, könnte man da natürlich nochmal nachgucken. Und auf die Art und Weise können wir hier durch diesen RegEx die gültigen E-Mail-Adressen hier erlauben. Also zum Beispiel Max Mustermann ist absolut in Ordnung so. Max.mustermann.de hat er hier erkannt, ist in Ordnung. Hallo.atwelt.de ist auch okay. Dann haben wir hier irgendwas anderes, das ist gar keine E-Mail-Adresse, deswegen wird das hier auch nicht gefunden. Dann haben wir hier eine böse Adresse, damit Kreuzen im globalen Teil macht dazu so keinen Sinn, wird also auch nicht gefunden. Dann geht die hier wieder, dann sind auch Zahlen erlaubt. Dann im lokalen Anteil haben wir Unterstriche durch diesen Word-Charakter und im globalen Teil aber nicht, da wir den hier wieder rausgemacht haben. So, und damit bin ich dann fertig zu diesem Tutorial zu RegEx. Mag erschreckend aussehen, zunächst mal. Es ist sehr kryptisch, gar keine Frage, aber auch sehr mächtig und wenn man es mal ein bisschen verstanden hat, auch irgendwie sehr elegant. Wir haben hier durch so eine Zeile beschrieben, wie eine E-Mail-Adresse aussehen muss. Also sehr, sehr kompakt alles, aber dadurch halt eben auch kryptisch. Aber wenn man da mal ein bisschen dahinter gestiegen ist, dann kann man damit sehr, sehr schnell und gut programmieren. Natürlich sollte man dann sowas hier am besten für Leute, die sich mit RegEx nicht so gut auskennen, auch nochmal in sprechende Methoden übersetzen. Das heißt, wir haben eine Methode, die heißt zum Beispiel Find E-Mail-Adresses oder so. Und da drin ist dann das Ganze hier. Das heißt, derjenige, der mit RegEx nicht arbeiten kann, der kann dann trotzdem auf die Art und Weise herausfinden, ah ok, das macht er zu dieser RegEx-Ausdruck. Ich verstehe den zwar selber nicht, aber das macht er wohl. Gut, bis zum nächsten Mal. Gut, bis zum nächsten Mal.